Vergrößern, verkleinern Erik Durm wurde 2014 Weltmeister Urheberrecht Gerti Images Erik Durm soll vor dem Abschied bei Borussia Dortmund stehen. Ein alter Bekannter in England hat offenbar großes Interesse am Weltmeister. Der deutsche Weltmeister Erik Durm soll vor einem Wechsel in die englische Premier League zu Hadassfield Town stehen. Der Rechtsverteidiger von Bundesligas Borussia Dortmund könnte damit zur Mannschaft des deutschen Teammanagers David Wagner wechseln, berichtete die Bild am Freitag. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft 2019 aus, in der vergangenen Saison hatte Durm aufgrund von Verletzungen kein einziges Saisonspiel bestritten. Aktuell ist Durm nach seiner Reha in München wieder voll einsatzbereit. Der ehemalige BVB-Trainer Wagner trainierte Durm schon in der Saison 2012 13. bei den Amateuren und machte ihn dort zum Profi. Damals spielte der Weltmeister noch als Stürmer, erst unter Jürgen Klopp wurde er zum Verteidiger umfunktioniert. Durms aktueller Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2019, bei einem entsprechenden Angebot dürften ihm die BVB-Bosse jedoch keine Steine in den Weg legen. Im vergangenen Sommer stand Durm bereits vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart, die Schwaben nahmen nach dem Medizincheck jedoch Abstand von einer Verpflichtung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017